Hallo und herzlich willkommen und möge diese Runde besser werden als die letzte. Wird sie nicht. Da bei dir vielleicht nicht. Wird sie nie. Also wenn ihr irgendwann mal Minderwertigkeitkomplexe habt, oder euch schlecht fühlt, oder das Gefühl habt, dass ihr nichts hinkriegt, dann redet mit Terra. Dann merkt ihr, er hat eine noch schlechtere Meinung von sich selbst. Zumindest in Shootern. Solltet ihr uns ja runter bügen. Lieber nichts tun, weil wir haben Tickets. Und ihr wollt eure 20 Tickets, die ich durchschnittlich sterbe, ja behalten. Ja, ich mein, das letzte Mal bist du nur siebenmal gestorben. Ja, das kommt auf die Länge der Runde an, weißt du. Ja, und wenn wir hier gescheit vorrücken, dann kannst du auch sterben am Stück. Weil es wird ja immer aufgefüllt. Ja, aber dann erhöht sich auch die Zahl, weil dann werden aus 20 erstellt 40 und 60 und so weiter. Ich mein, ich hab's geschafft im Tutorial Level 60 Mal zu verrecken, also, never mind. Vielleicht spielt Terra mit rechts und es war ein Linkshänder. Irgend so was, du bist bestimmt eine plausible Erklärung dafür. Nein, es gibt keine plausible Erklärung, außer die, dass ich scheiße ein Shooter bin und dass ich dich jetzt sehe und du entsterben musst, weil ich dich sehe. Ich seh keinen Feind. Gibt's keine Erklärung dafür? Es ist einfach so. Ich seh keinen Feind. Deshalb könnte ich mein Geschützter mich einsetzen. Äh, ich seh auch nie einen Feind. Ich seh sie immer erst, wenn ich tot bin. Oh, du beschissene Officer. Au. Was war, ach, das waren die Autos. Ja, das waren diese Autos. Ah, ich hol mir auch ein Auto. Guck dir mal, mein erstes Auto. Und 100 Opferpunkte, easy. Ich glaube, ich brauche auch irgendwann neben diesem, ähm, diesem, diesem Wert, dass ich nicht als schlechtester Spieler da stehe, auch nochmal eine moralische Stütze. Mal gucken, vielleicht bietet sich irgendwann mal einer an. Für meine Situation gibt es keine moralische Stütze. Ja, wer hat von dir geredet? Für wen denn sonst? Dass ich hier nicht, ich, ähm, an Trauer verrecke. So solltest du. Ich bin der beschissene Spieler hier. Ja, aber, äh, weißt du, was Moral ist? Äh, ja. Das ist ein Wert, der sich auf alle auswirkt. Nee, ich krieg die Nadel nicht hoch. Ah, äh, jetzt ist da schon wieder ein Auto. Drecks, Autos. Aua. Au. Alter. Noch ein Auto. Äh, was sind denn das für Autos? Das sind Schwebeautos. Die können sich nicht steuern lassen. Bei meinem Fernglas, vielleicht sehe ich damit irgendjemanden. Oh ja, sogar ziemlich viele, aber die werden mich töten. Du hast die gesehen, deshalb werden sie dich töten. Alter, diese dumme Waffe. Na, na, na. Au. Siehst du? Ich hab sie gesehen. Ich bin tot. Nee, ich versteck mich mal. Ach, zwei, aber. Wir wollen uns um den Turbo-Laser. Countdown, der Bombe läuft. So, ich hab wieder volles Leben. Als hätten die mehr Leben als man selbst, ne? Bei mir doch immer so. Och, 10.000 HP, um was reißen zu können. Blub, 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 blub. Was war das? Au, au. Alter, ich hasse sowas. Da fahren schon wieder Autos rum. Ja, ich bin eins von diesen Autos. Nein, rote Autos. Feindliche Autos. Jetzt schnell zum Treibstofflager. Juhui. Hallo, die Schüsse gehen an mir vorbei. Ihr habt mich nicht zu treffen. Siehst du, wir haben es geschafft. Ja, aber ich habe nichts dazu beigetragen. Ist da wurscht? Äh. Ich will hier raus, ich will hier raus. Das war die falsche Schaste. Jetzt habe ich einen Raketenwerfer, den ich nicht benutzen werde können, weil ich vorher sterben werde, bevor ich den aufgenutzt habe. Ich habe einen Wookie. Ich habe einen Wookie. Hallo, Leute. Ich liebe, ich will nur töten, wie ich bitte nicht töten. Au. Äh, nicht die Granaten bremden. Tot. Bitte mich nicht töten, weil... Keine Ahnung. Äh. Ups, das war zu viel gedrückt. Verrücken. Oh, nicht dein Ernst. Ich stelle mich irgendwo in die Ecke und versuche mit einem Scharfschussgewerf es auf TIE Fighter zu schieben. Das wird bestimmt toll laufen. Besser als das normale Spiel. Und treffen tue ich immerhin immer wieder was. Aha. Was ist das denn? Ich sehe nichts. Wookie sieht nichts. Ich habe eine Idee. Wer hat Ideen? Au. Ui. Das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee. Ich bin sicher, dass wir hier lang gehen, Leute. Alter. Ich sehe nicht so viel Boom. Zu viel Boom Boom? Zu viel Boom. Malo. Man, da kommen wir nicht hoch. Bis es noch irgendwie da hochkommt. Gut. Gut, die kann es sich rollen. Wir müssen sich zurückdrängen. Ach Gott, das sind wir ja überall. Au. Diese blöden TIE Fighter. Wir sind wirklich keine Luftunterstützung. Das missfädelte mir. Die Runde läuft wenigstens schon besser aufs Leben. Ich mag Tatooine irgendwie nicht. Was sagst du? Ich mag Tatooine irgendwie nicht. Wer mag der bitte Tatooine? Ich weiß nicht. Irgendwer, der es verarmen mag. Oh. Oh, Leute. Nein, ich will doch nur ein paar... Ich will doch nur zielorientiert Punkte. Wenn ich so irgendwelche Punkte... Ja. Ich kriege nämlich keine. Ich kriege Punkte. Weil ich sinnvoll bin. Ich kriege nur... Ich kriege nur Punkte, wenn ich nicht sterben würde. Und das ist für mich nicht möglich in dem... Okay. Aua. Ich will nichts. Alter. Diese Blendgranate, ey. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Cool. Hi. Ich hab dich gefunden. Aha. Du bist über in die Rakete reingesprungen! Ich? Ja! Ich bin hier. Nehme das Tor ein. Wo kriegt man eigentlich die Ochse des Gas? Keine Ahnung. Frag mich. Ich akzeptiere es einfach. Und tot. Natürlich. Mein Leben. Das blöden Tive, Alter, ey. Ich glaube, ich weiß, wie wir das hingehen. Wip da fuck! Nein, nein, ich hau ab, ich hau... Alter! Hässliche... Pssst. Ich bin auch eine von diesen Raketen-Fuzzis. Na siehst du, hast du schon mal genug Opferpunkte zusammengesammelt? Ja. Das du dir ein Raketen-Fuzzis leisten konntest. Wo? Kylo fucking Ren! Ja, der hat mich auch im Rand gezogen und er so... OPSI! Ich hab den Raketenwerfer weggefickt. Er ist... Ist tot? Oh ja. Ja. Du hast es getötet! Du hast es getötet, Terra! Ich hab hier einfach mit dem Raketenwerfer vor die Füße geschossen. Terra hat was getötet. Das ist eigentlich nicht wirklich, aber okay. Terra wird besser. Nein. Das war nur Glück. Und tot. Ich hab gesagt besser, ich hab nicht gesagt gut. Ja gut, also... Null plus Null ist immer noch Null. Also ich lege so, worauf ich hinaus will. Oh, Nix-Wing. Nach 15 Trockler hat. Ich bin Nix-Wing. Da. Ich seh nix! Mehr Explosive! Wir haben echt viele TIE Fighter in der Luft hier. Ja, ich weiß. Irgendwie kriegen wir einfach nicht die Luft hoch. Ich hab schon zwei erwischt. Und da kommt der dritte. Und Nummer drei. Ein Flieger-Spieer. Wo ist der nächste? Du weißt, ja, das war's. Mann, da bin ich einmal in der Luft und kann fliegen und dann lässt man mich nicht. Fliegen kann ich. Weil's nix mit Treffen zu tun hat, ne? Da hat man nen Aim-Bot. Nein. Du hast diese Zielhilfe. Ja, du weißt, wo du hinschießen musst, aber... Sonst... Das ist genug. Achso. Im alten Spiel hattest du sein Aim-Bot. Hat der wann? Ja. Okay. Du konntest, wenn du rechtsklick gedrückt hast, hat der dann in gewisser Weise automatisch anvisiert. Hm. Hast du überhaupt mal einer den Vorgang gespielt? Nein. Gut so. War ja größer Spendung. Ja, das erste von ihr, meintest du, ne? Ja. Dü, dü, dü. Preise nach Kommandos. Ich muss nur in die Luft kommen. Müssen wir alle. Kann ich was machen. Brauch nur einen Jäger. Jetzt sind wir first order. Wie kostet ein Jäger? Ähm, 600. Okay. Sechs mal sterben, dann kann ich nen Jäger fliegen. Ganz schnell sechs mal hintereinander sterben. Das ist jetzt deine Aufgabe. Und ich mach mal Sniper. Ich kann jetzt nur mit der Shotgun rein und versuche auf irgendwas zu schießen, bis ich sterbe, was sehr schnell passieren wird. Ich mach jetzt den Feigling. Spielen wir Feigling? Leck. Ich bin nicht Alkohol. Nee, dafür gab es auch irgend so ein Spiel. Ich hab aber leider vergessen, wie das so ging. Wir erleben den Todeskampf des Widerstands. Ihre Sternenjäger kämpfen am Himmel. Ihre Worte und wollen unsere Waffen lahmlegen und ihre Worte auf dem Geburtstag haben. Ja. Das alles ist zum Scheitern verurteilen. Verteidig, die Starkwiller warnen. Verhindert, dass der Feind den unseren Turbolaser... Okay, warum auch immer ich ne Granate geschmissen hab. Auf mein Kommando. Los! Überall Sniper. Gott, wie diese Spiele lag. Ich fände jetzt einfach frontal rein. Hoffentlich zeigt das Wirkung. Jetzt müsste ich nur noch guter Schütze sein. Das ist mit Sicherheit besser als ich, aber okay. Nichts getroffen. Ich hab das Geschützturm getroffen. Gehen wir! Den Geschützturm. Ach, egal. Das Geschütztürmchen. Ich weiß immer nicht, was die Offiziere sein sollen. Entweder... Die sind doch... Weibliche Offiziere? Äh, äh, äh... Kinder? Ich hab keine Ahnung. Der Feind! Der schießt auf mich mit blauen Lasern. Und ich bin froh, natürlich. Das wolltest du doch. Er hat 44 auch ein paar Punkte. Hier auch mal Sniper. Damit hab ich eben... ... immerhin was getroffen. Treibstofflager zur Schreckung Quadrate. Wir werden schon wieder hart auseinandergenommen. Nicht so hart wie das letzte Mal. Erstmal mit dem Fernglas spotten. Was? Tarn er mich? Ja, das ist die Infiltratorfähigkeit. Toll. Der ist aber nicht getarnt. Bis dann fürs, äh, Sensor, also so Sachen nicht mehr sichtbar. Toll. Das interessiert mich jetzt nicht wenig. Vorfall am Turbolaser. Sie haben eine Bombe gelegt. Oh. Teufel hat explodiert. Arath geht in die Luft bei dieser dumm Fasste, Arath. Haltet ihr wenigstens da um die Luftüberlegenheit? Upsala. Ich konnte kurz durch meine Arme gullopsen. Da sind schon wieder Autos. Nee. Ich komm hier nicht hoch. Ich bin zu unfähig. Wir verlieren jetzt auch noch den Turbolaser. Ah. Das sind Offiziere. Drecks, Auto und Tod. Hast du jetzt deine Punkte? Nein. Ich glaub ja, aber das ist nämlich, dass die erste Teilfahrt sind schon in Luft. Du bist zu spät. Du kriegst keinen Teil mehr. Hey, die Clipsch. Das ist ja sowieso kein Teil mehr. Gott, das ist doch schlimm. In der Phase ist ja noch Teil da. Jetzt hab ich keine Grafikfehler mehr. Wenn ich in die Gebäude reinglupsche. Vielleicht hat das Grafikkartenabdeck oder was... Aber der Punkt ist jetzt schon umgekämpft. Wir haben eine Granate! Hallo, ich bin grad froh, dass das technisch besser läuft. Lass mich! Ich sehe nicht so viel. Lass mich! Ich werde schon wieder von irgendwo beschossen. Das hat bestimmt einen Grund. Was soll ich ihn dir nennen? Feind! Hab ich gar nicht als Feind erkannt. Die beiden Offiziere sehen sich so arsch, scheiße. Da drin in dem Gang steht übrigens ein Gegner. Ja, das ist mir auch klar. Ich bin jetzt aber in der Luft. Ich hab den 800er zahlen. Ich hab 500 Punkte. Gute Spiele machen mich fertig. Hätte das gedacht. Ich dachte, ich mach ein schlechter Spieler fertig. Also ich. Ja. Du machst dich selber fertig. Also das zwar auch, aber... Oh, ich bin jetzt... Ja, knampf. Aber... Boah, ich hab 6 Millionen Punkte warten so lange, dass ich gleich fliegen war. Ich verrecke gerade. Vielleicht wird gleich ein Teil frei. Höhöhöhöhö. Ah. Nein. Blö... Wieso bin ich eigentlich mal wieder das Ziel für alle? Danke. Oh, ich hasse das. Oh. Alle Anzahl im Spiel. Ja. Maximale Anzahl im Spiel. Oh. Oh. Hi. Hi. Okay, lass ich dir. Ich hab hier keine Grafikfehler mehr. Juhu. Wer nirrt denn? Wer nirrt denn? Was bist du? Du bist jetzt zum Russen mutiert? Wer nirrt denn? Der X-Wing klatscht dir halt noch mal rein. Eliminiert sie. Vernichtet sie. Na. Vernichtet sie. Und direkt abgeschossen worden. Ah, hast du nur 600 Punkte? Aber ich kann direkt wieder die Jäger aufpassen. Nein, Maximale Anzahl. Ich warte wieder. Damn, da Mist. Oh, scheiße. Jetzt ist die Phase vorbei. Gott. Das Spiel will mich echt fertig machen. Die First Order total bewirbt. X-Wing's, äh, TIE-Fileser fliegen aber noch. Nein, das ist nicht klar. Ich verstehe überhaupt nicht, was du von mir willst. Ich bin aber physisch dazu nicht in der Lage, das zu verteidigen. Du kannst dich einfach mit deinem Körper reinwerfen. Das wird von Spielern wie dir erwartet. Mach Platz für die Granate! Äh, Yoda! Ich hab grad die Minigun rausgeholt. Ich camp jetzt in den Gang und schieße auf alles, was da in den Gang hochkommt. Und tot. Natürlich, was ist das? Ich camp jetzt im Gang tot. Der hat nicht wissen können, dass ich da bin. Äh, doch. Er macht nicht einfach Instaback? Nein, hat er nicht wissen können. Du weißt, dass sie durch diesen Scan scheißer. Das war ein Raketenspringer. Ja, und? Muss ja nicht der gemacht haben. Er war alleine da. Da war nirgendwo ein anderer drin. Nirgend- Ah! Das war irgendwie, äh, Chu und Han Kombi. Wookie-Kriege und Han. Ne, wir dienen so mehr, so weniger gemeinsam. Überbrückung fast abgeschlossen. Und der Tellensteuer auf. Das... Glaub dieses Spiel nicht. Ups. Wie kann man gut in so nem Spiel sein? Es geht doch gar nicht. Au. Ja, ich krieg Punkte wieder. Höh. Ich verstehe auch nicht, wie es möglich sein soll, in so nem Spiel mehr als tausend Punkte zu verdienen. Geht nicht. Das ist das Terrorunverständnis. Ne, es geht einfach nicht. Das kann man doch nicht. Natürlich, siehst du doch. Er klopft sein eigener Augen nicht. Und das war's. Ich weiß ja nicht, was für Augen du meinst, aber ich hab unter tausend Punkte. Ja, aber jeder andere nicht. Ja, das ist unverständlich. Das ist nicht logisch. Das ist nicht möglich. Das ist so... Das ist so... So ein Bibelgänger. Und der mit dem Physiker redet. Der Physiker erklärt ihm die Welt. Der so, nein, 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 nein. Nein, es geht auch einfach nicht. Da siehst du 9000, 10.000, 9.000. Ja, das funktioniert nicht. Natürlich nicht. Oh, Mann. Nja. Mal gucken, wer bei mir noch alles Battlefront 2 hat. Vielleicht bietet sich einer aus der Community an, aber ich glaub, da schreibt noch nicht mal so einer mehr in den Kommentaren. Man kommt nicht schnell genug in den Jäger rein. Ich will, dass der Jäger kostlos ist. Ja, ansonsten können die Spieler wie mich vergessen. Da kannst du ja nichts mehr machen und nichts mehr reißen. Ich sag da mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Glaubt euch wohl. Bleibt mir treu. Wiedersehen. Tschau. Tschüss. Tschüss.